Und das auf einer ethisch, moralisch fragwürdigen Art und Weise. Punkt aus Ende. Und jeder, der was anderes macht, ist einfach für mich kein Experte und verdient auch nicht das Prädikat Experte-Sammel. Egal, wie scheiße bekannt ist. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Emolution-Podcast-Folge. Heute mit dem Thema, woran erkennt man eigentlich einen Top-Immobilienmakler? Und was steht wirklich dahinter? Und ja, lieber Leon, das Thema Top-Immobilienmakler klingt natürlich erstmal ein bisschen reißerisch oder was ist Top an der Stelle? Und woran erkennt man einen Top-Immobilienmakler? Sag doch mal einen Punkt, wo du sagst, daran erkenne ich, ob einer wirklich gut ist als Makler. Ja, also erstmal erkenne ich das daran, dass der eine gewisse Präsenz am Markt hat. Weil wenn er nichts könnte, dann wäre er auch nicht präsent. Also es macht gar keinen Sinn. Das heißt natürlich grundsätzlich, die Leute, die mehr Präsenz haben, die sichtbarer sind, sind auch grundsätzlich die Leute, die mehr machen. Ja, die auch mehr Immobilien drehen und somit natürlich auch eine ganz andere Erfahrung haben, weil sie eben nicht nur fünf Immobilien im Jahr verkaufen, sondern vielleicht 60. Das ist schon mal ein Punkt, den ich mal nennen würde. Also einfach eine gewisse Präsenz. Okay, also das würde ja eigentlich fast bedeuten, also je bekannter jemand ist, umso Top-Makler ist er. Könnte man ableiten davon. Könnte man ableiten. Heißt aber natürlich nicht, dass es keine Makler gibt, die vielleicht nicht wirklich präsent sind, die deshalb schlechte Dienstleistungen haben. Heißt das natürlich auch nicht. Also da würde ich jetzt mal glatt so eine kleine Gegenposition einnehmen, was das Thema angeht. Weil, oder andersrum gesagt, ich sage dir mal, was für mich das Thema Top-Makler ist. Ja, Bekanntheitsgrad setzt Expertenstatus voraus. Da hast du natürlich vollkommen recht mit. Also je bekannter jemand ist, umso mehr hält man ihn für einen echten Experten. Was ist überhaupt ein Experte? Experte ist jemand, der sich in seinem Fachgebiet besonders gut auskennt. Jetzt kommt aber eine Sache noch mit dazu. Das ist für mich auch professionelles Verhalten. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand bei einem Verkäufer draußen, dem einen Kaufpreis vorgaukelt, den er kriegen kann oder dem Verkäufer nach dem Schnabel redet, weil der jetzt einen Wunschpreis im Kopf hat, den er gerne hätte und der Makler hat die Absicht, einen Auftrag zu machen. Aber nicht eine wirklich Immobilie professionell zu vermarkten und zwar zu einem marktgerechten Preis. Weil ich finde, also nicht ich finde, sondern die Verantwortung ist ja einmal seine Profession, also sein professionelles Verhalten und seinen Expertenstatus einzusetzen. Und es würde ja kein Steuerberater zum Beispiel auf dieser Welt dem Kunden, seinem Mandanten eine Empfehlung geben, wo er eigentlich schon ganz klar sehen kann und ganz klar weiß, wenn ich das mache mit dem Kunden, dann gibt es vom Finanzamt auf die Fresse. Oder? Ja, definitiv. Man muss aber jetzt dazu sagen, du hast mich ja nach einer Sache eben gefragt. Wir sind ja jetzt schon in zwei Phasen, weil das Thema Präsenz ist ja erstmal, da bin ich als Eigentümer ja noch in der Phase, dass ich mich umschaue. Wenn ich auf das Thema Präsenz achte, okay, wer ist präsent an meinem Markt? Absolut, absolut. Das, was du jetzt sagst, hat ja schon, ich habe ja schon interagiert. Ich habe ein Gespräch mit dem gehabt und das ist definitiv der Fall. Da bin ich zu 100 Prozent bei dir. Ein Makler, der auf jede Sache, die der Eigentümer sagt, eingeht und ihm nach dem Schnabel plappert, das ist unprofessionell. Das ist kein Experte, Punkt. Das ist kein Experte, sondern das ist jemand, der nur Aufträge machen will, um eine volle Objektpipeline zu haben und das auf einer ethisch, moralisch fragwürdigen Art und Weise. Punkt aus Ende. Und jeder, der was anderes macht, ist einfach für mich kein Experte und verdient auch nicht das Prädikat Experte zu haben, egal wie scheiße bekannt er ist. Da reicht auch kein Zertifikat an der Wand. Vollkommen wurscht. Das ist einfach unterirdisch und unmoralisch und geht überhaupt gar nicht. Das ist mal das Erste. Wenn wir uns darauf einigen, dass es um Sichtbarkeit geht, also ein Experte sollte sichtbar sein. Ja, das meine ich ja. Ja, weil es ist ja schade, wenn jemand Experte ist und keiner weiß, dass er Experte ist. Ja. Also das wäre halt schade. Und ja, bitte. Also ich meine, wenn ein Makler nicht in der Lage ist, sich selber zu vermarkten, wie soll er dann Immobilien vermarkten? Ja, also das hat ja was mit Fähigkeiten, die Fähigkeiten muss er ja auch auf sich selber irgendwie umwälzen können. Ansonsten macht das ja hinten und vorne keinen Sinn. Absolut. So, das ist also Sichtbarkeit. Ja, also Sichtbarkeit als Experte positioniert. Ja, so das heißt aber ja auch schon im nächsten Umkehrschluss, dass wenn ich nach der Person recherchiere, dass ich mehr finde als nur seine Webseite, seinen Facebook-Account, seinen Instagram-Account. Das heißt also, es wäre ja auch schlau, dass er als Experte vielleicht schon mal das ein oder andere, was mal gesagt hat, vielleicht sogar veröffentlicht hat, publiziert hat, dass man irgendwas über die Person erfahren kann. Also ich würde es mal sagen, recherchierbar ist. Ja. Transparent. Ja. Das finde ich auch ganz wichtig. Und wenn ich die Person google, ja, als Makler in dem Sinne, dann sollte ich schon von den Suchergebnissen, sollten schon mehr als 50 Prozent der Suchergebnisse auch wirklich mit der Person zu tun haben. Ja, das macht grundsätzlich Sinn. Ja, macht absolut Sinn. So, wir bleiben mal bei dem Thema Experte. Das heißt, dass er in der Tat seinen Bereich wirklich sehr, sehr gut versteht. Und zwar möchte ich da ein Beispiel bringen. Nehmen wir mal jetzt das Thema Verkauf von Immobilien. Und wir haben alleine bei einem unserer Kunden, der an einem Tag neun Anrufe bekommen hat von anderen Verkäufern, also in seinem Gebiet, die bei anderen Maklern sind, in der Zinskrise jetzt, und gesagt, wir sind nicht zufrieden, wir sind unzufrieden, da passiert nichts, der meldet sich nicht. Neun an einem Tag. Neun an einem Tag. Da meldet sich keiner mehr, der geht in Deckung, die Immobilie geht nicht weg. Was würde ich damit sagen? Und zwar damit will ich sagen, dass auch in jeder Marktphase die Person, weil Experte ist ja jemand, der sich in dem, was er tut, besonders gut auskennt. Und wenn jemand nur Immobilien gut verkaufen kann, wenn er eine gute Marktphase hat, also wenn der Markt nach Immobilien schreit und sozusagen ich einfach nur die Immobilie irgendwo auf den Marktplatz werfen muss. Dann ist das kein Experte in seinem Fachgebiet. Das heißt, ich muss also in der Lage sein, einen genauen Plan, ein genaues System zu haben, dem ich folge, auch dann, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Also ein Stopp, dass irgendwas nicht funktioniert. Also heißt für mich, ein Experte hat Strukturen, hat Prozesse, hat ein System, dem erfolgt. 100 Prozent. Und was auch funktioniert und Proof ist. Wichtig ist aber hierbei, dass orientiert ist natürlich alles auch hier wieder zielgruppenorientiert. Das heißt, am Ende des Tages bin ich mit ziemlich simpisch. Ja, gibt es jetzt auch hier wieder Menschen, die vielleicht zuschauen oder einfach die draußen rumlaufen, die von sich selber extrem überzeugt sind. Und der Punkt ist halt nur, dass das, was ich von mir selber denke, ist erstmal nur für mich selber wichtig. Absolut. Ja, aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass auch das Gleiche bei deiner Zielgruppe ankommt. Das heißt, ihr solltet euch mal wirklich die Wahrheit anschauen und gucken, hey, werdet ihr denn wirklich so, wie wir es jetzt gesagt haben, wahrgenommen bei eurer Zielgruppe und nicht bei euch selber. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn ihr nicht diese Präsenz, diesen Expertenstatus am Markt hat, vielleicht auch nicht es hinbekommt, in den Einkaufsgesprächen immer so zu agieren, den Kunden auch mal wirklich vom realen Marktwert zu überzeugen, dann solltet ihr definitiv mal unter dem Video hier auf diesen Link klicken oder einfach auf Bosbach-Consulting, bosbach-consulting.de auf die Webseite gehen und Kontakt mit uns aufnehmen. Ja. Das nur ganz kurz dazu. Genau. Wichtig ist auch noch eins, dass ich als Experte die Dinge meinem Kunden auch wirklich zeigen kann. Also das ist die gesamte Arbeitsweise, den gesamten Prozess, das gesamte System, dass ich über vernünftige, professionelle, exzellente Dokumentation meiner Arbeit verfüge in Form von Vorlagen, Anleitung, Checklisten, Prospekte, Flyer, Folder, Exposé-Vorlage. Und ich meine hier nicht eine Exposé-Vorlage, wie Sie 100, 200 oder 1000 andere auch benutzen, sondern was macht mich denn als Experte besonders, was macht mich denn als Experte einzigartig. Das ist, wie wir schon auch in anderen Folgen gesagt haben, ich als Person und meine Arbeitsweise. Aber die muss ich aber auch belegen und darstellen können. 100 Prozent. Was noch wichtig, aus meiner Sicht ganz wichtig ist, dass ich, ich kann starten, ja, auch ein guter Starter kann schon ein guter Experte sein, wenn er sein, wenn er den Bereich, wenn er gut ausgebildet ist, wenn er gut fit ist. Dass er vielleicht zuerst mal das Geld verdienen, also dass er sein Unternehmen auf solide Beine stellt, finde ich total in Ordnung, finde ich total fair. Aber der schnelle Schritt, also schnell zu einem ordentlichen, wirklich nennenswerten Büro, Ladenlokal, muss einfach sein. Aus meiner Sicht noch weiterer Ding ist Mitarbeiter. Also ist das ein Alleinkämpfer, der alles machen muss, der auf allen Hochzeiten tanzt. Das heißt nicht, dass generell allein Einzelkämpfer, Solopreneure schlecht sind und keine Experten sein. Um Gottes Willen, das ist damit gar nicht gemeint. Aber willst du wirklich als Immobilienmakler, Experte, laufend Kunden bedienen, dann brauchst du Mitarbeiter. Da musst du ein gut ausgebildetes Team auch haben. Ja, 100 Prozent. Oder? Wie siehst du das? Definitiv, auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Weil am Ende des Tages ist ja auch nur das wirklich der Weg, wie du langfristig erstens wachsen kannst, Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei, wie du auch wirklich die Qualität sichern und gewährleisten kannst auf jedem einzelnen Bereich. Ja? Weil das Business teilt sich ja nicht nur auf den Verkauf von Immobilien. Ja? Es geht ja auch um die Art und Weise, wie machst du Marketing? Was dann wieder das Thema Präsenz wäre, wie der Einkaufsbereich, der Vermarktungsbereich, der Backoffice-Bereich. Da gibt es so viel zu tun und deshalb sind Mitarbeiter unfassbar wichtig und setzen natürlich auch dann für deine Zielgruppe voraus, dass du Ahnung hast. Weil ansonsten hättest du nicht das Geld, um Mitarbeiter bezahlen zu können. Hier nochmal ein Thema, was mit Sicherheit hochkommen wird, ist das Thema Ausbildung. Hier nochmal ganz kurz auch eine Lanze zu brechen, Zertifikate, Gutachter zu sein und Immobilienökonom und so weiter. Ja, das ist natürlich einerseits ein Prädikat, das muss man natürlich klar sagen, das ist bescheinigt eine fachliche Ausbildung. Wobei das Wort Ausbildung an der Stelle leider falsch ist. Diese Menschen haben keine Ausbildung bekommen, sondern sie sind angeleitet oder gelehrt worden. Denn eine Ausbildung ist nur dann eine wirkliche Ausbildung per Definition, wenn auch geprüft wurde, ob das Gelernte auch tatsächlich in der Praxis angewendet werden kann. Deshalb gibt es sogenannte Ausbildungsberufe. Also Ausbildungsberuf meint, wenn man also Immobilienkaufmann oder Kauffrau lernt, dann musst du ja in einem Ausbildungsbetrieb das auch beweisen. Interessanterweise sind aber die Dinge, die in der Theorie gelehrt werden, kommen in dem Praxisbetrieb häufig leider auch gar nicht vor. Es gibt nämlich keine Ausbildung zum Immobilienökonom. Es gibt nur einen Studiengang zum Immobilienökonom. Ob aber der Immobilienökonom all das Wissen, was er als Immobilienökonom mit seinem Zertifikat draußen erlernt, auch in der Praxis anwenden kann, also beherrscht, kontrolliert und so weiter, steht nicht nur in Frage, sondern wird von niemandem geprüft, sondern es geht nur um die reine Theorie und das ist reines Lehren, so wie bei uns in der Schule. Ich möchte aber noch eine andere Sache dazu sagen. Was mich am meisten stört bei diesem Prädikat ist gut, keine Frage. Was mich am meisten stört, ist, dass die Leute hingehen und sagen, ja, ich mache gerade Gutachter und bla und Zertifikat und dann hängt sich das an die Wand und denken, dass automatisch, weil dieses Zertifikat an der Wand hängt, jetzt neue Kunden von der Decke fallen. Das wird nicht passieren, weil du erstens wahrscheinlich nicht mal weißt, wie willst du das jetzt sinnvoll vermarkten, dass du jetzt dieses Zertifikat, ne, also am Ende des Tages muss man ja auch dann was damit anstellen können, um das nutzen zu können. Ja, einerseits richtig, andererseits, ich will nochmal auch hier eine Lanze brechen. Eine gute Ausbildung ist super cool und fachlich musst du als Immobilienmakler extrem versiert sein. Das geht gar nicht anders, weil du kommst sonst nicht weiter, wenn du fachlich einfach nicht versiert bist. Wir müssen aber unterscheiden zwischen einer theoretischen Frontalunterrichtslehre, die ich bekommen habe und einer wirklichen Ausbildung. Was wir ja machen bei uns ist, letztendlich ja auch kein Coaching in dem klassischen oder in dem Sinne, wie viele das denken, sondern wir bilden ja wirklich unsere Leute in den einzelnen Bereichen aktiv aus, ja, mit praktischen Ansätzen, ja, mit wirklich mit Tests, ja. Wir gehen mit denen in den Sparring rein, ja, auf unseren Seminaren. Also das ist schon wirklich tiefgreifend und ziemlich cool, auch in unseren Live-Calls, wo wir viele Übungen ja immer wieder machen und das testen. Das eine schließt das andere nicht aus. Eine gute Kombination aus beidem ist natürlich ideal. Aber eine fachliche Qualifizierung, fachlich gut ausgebildet muss schon sein, weil umgekehrt jemand, der nur in der Praxis, Leon, die Sachen drauf hat, aber nicht die theoretischen Hintergründe kennt, ist genauso kacke. Funktioniert auch nicht. Also wenn ich noch nicht mal die Struktur eines Gesprächs, eines Einkaufsgesprächs zerlegen, auseinanderlegen kann, sondern einfach nur brabbel, macht auch keinen Sinn. Oder wenn ich nicht weiß, was sind so die Grundregeln der Bewertung und so weiter, komme ich nie auf ein vernünftiges Ergebnis. Also zusammengefasst heißt das eigentlich nichts anderes als, fachliche Qualifikation in Verbindung mit einer wirklich praktischen Ausbildung ist natürlich extrem wichtig. Sichtbarkeit ist wichtig, ein cooler Geschäftsbetrieb mit Büro, mit Mitarbeitern ist wichtig. Hohe Qualität und das ist für mich das alles Entscheidende. die hohe Qualität im Einkauf und im Verkauf, also einen Dienst zu liefern, der die Kunden vom Hocker haut. Das ist eigentlich mein Schlusswort zu diesem Thema. Und in diesem Sinne machen wir es heute auch ganz kurz. Folgt uns, Kommentar runter, Like auf das Video und vor allen Dingen bucht euch einen Termin bei uns, damit wir mit euch sprechen können. In diesem Sinne, ciao. Vielen Dank.